es ist echt komisch gerade jetzt so jetzt wird das spiel richtig abgefügt ich schiebte mich danach bestimmt ins ice level oh gott jetzt kommt das viel kacke 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 unter nummer drei ja voll jetzt gibt es so richtig was auf dem deckel hier stufe acht ey wir machen einen platt und kriegen gleich stufe acht nochmal stufe acht schon von da hin ich glaube doch oh 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 ich will die alle etwas absorbieren hier oh gott das geht gar nicht jetzt sind wir hier wo wir im video waren erst am anfang gleich im allerersten part waren wir glaube ich hier sind wir jetzt schon wieder im part 2 das wird doch nicht öfter aber jetzt haben natürlich flimmerkräfte ist ja viel viel mächtiger was kann ich denn jetzt gegen damer also jetzt rechts wie lange möchte ich auch hier hallo ich habe nicht mal mein leben kämpfst du gegen anderen kämpfst du gegen dich selbst ich weiß gar nicht ich verstanden was mache ich jetzt ach so toll aussehen ah aber doch zustand stimmt wir gab es ja auch noch aber die musik aber doch zurück jawoll ich muss mal kurz meinen sound lauter machen das ist episch ich bin jetzt mal still und genieß das ich bin jetzt es ist nicht möglich 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 es ist wichtig ich kann es nicht möglich Es ist das Epic! Das ist bestimmt das letzte. Klingt zumindest so. Wenn man was aber noch kaufen kann, schnell. Vielleicht ein bisschen was bringt. Das wäre natürlich super. Das will ich haben. Das will ich haben. Ich komme mit dem Avatar Zustand. Ich komme mit dem Avatar Zustand. So. Attacke. Kapitel 8. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Aber ich bin kein Fisch. Wenn du mich in einer Krieg in der Hälfte, ich war gefordert zu meditieren. In der Welt der Heiligen Geist. Und nach vielen Jahren zu suchen. Ich habe eine Technik. Das ist ein bisschen. Das ist ja so, wenn ich mich wiederum bin. Eine Art von Extracter dein Chi. Das ist ja so, wenn ich dein Panchen kenne. Entschuldigung, aber ich benutze meine Chi jetzt. Vielleicht kannst du hier nur noch ein paar Tausend Jahre mehr warten. Oh, ich glaube nicht. Mein ganzes Grund für leben war so, dass ich meine Vengeance auf dich kann. Jetzt, dass du hier bist, ich kann auch beide meine Begriffe auf einmal. Ich kann das viel. Ich gämste mit allen auf. So. 1, 2. Komm, 3, 3, 3! 3! Jetzt. 四 jaja ja 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 overhe hier was ist das Real Das ist ja ein Wasserbindiger. Was ist das? What the fuck ist denn das? Was ist meine letzte Battle of your life? Ja, deine. Komm wir machen, wir aktivieren uns jetzt. Avatar Zustand. Lächerlich. Gott, wir hätten es halt mal aufheben müssen. Wir hätten sie aufheben sollen. Verflucht. Wurzheim. Da ist er. Die Qualle. Puh, komm her. Da vorbei. Lappen. Wow, er macht dich gar nicht weg. Blatt Das macht er jetzt Wo ist er hin? Oh Gott Ach du Kacke. Oh verdammt. Der Schaden ist krass wenn er macht. Der Schaden ist zu krass. Oh ne schon wieder. Hallo Leute willkommen zurück. Im letzten Part ist mir leider mein Aufnahmeprogramm abgeraucht. Und das Spiel gleich mit. Also. Das heißt nochmal das machen wir jetzt. Aber es ist egal. Wo ist der Kampf hier? Ich glaube bloß der Endfight. Vielleicht werde ich doch den letzten Part mit diesen zusammen machen. Ich werde jetzt sehen ob ihr es gleich nacheinander angucken könnt oder nicht. Oh jetzt hier. Mal wieder reinkommen hier ey. Ja endlich wieder neun. Voller Energie. Feuer frei. So. Jetzt kommt wieder Käpt'n Schwabbel. Das haben wir schon gesehen wie du springst mal. Oha. Oh Gott ich glaube wir können nicht in den Nahkampf gegen ihn gehen. Wow. Kannst du trönen ja ein bisschen. Könnt ihr nicht abwärmen. Könnt ihr nur dutschen. Oh Gott wie mir das gemacht. Alter macht uns nicht richtig fertig. Nein. Das war's. Aber das war's aktivieren. Ohne dass wir die Fähigkeit benutzen. Von uns. Ritze. Oh Gott jetzt haben wir Wasser. Wir sollen Wasser an. Jetzt sollen wir Wasser an. Nr. 3. Jetzt sind wir glaube ich im letzten Part chain geblieben. Jetzt. Verwandelt da sich aber doch. Ja. Oh Gott dieser Schaden den er macht. Ist Wahnsinn. Aber ich vertausche mal die Trosten. Das ist. Schlimm. Oh jetzt. Ja. Mach da wieder den Kack weil er sich wohl weg teleportiert. Ja. Mach das schon im. Pfeifer. Guck ob wir den Kack wieder weg teleportieren. Auch mit Luft auf die Anfernung angreifen können. Aber ich glaube nicht. Nein. Natürlich geht es ohne Wasser. Aber. Es war gleich das Richtige. Super. Wow, bisschen könnte Tränen ja, sehr ganz schön schwer, ja, finde ich, weil wir mit Wasser keinen Schaden machen Kommt da wohl zurück, ach danke, nein Falsche, 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 das ist doch richtig hier Wow, 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 wow Ganz schlecht davon zu rennen Oh, ey, das ist doch, das ist doch nicht möglich Können wir mal wieder runter, damit ich richtig besiegen kann, den Honk Ich mach nochmal Ich mach auch nicht Das ist er auch nicht Das ist er auch nicht Oh, Mann Nochmal Ach, so langsam riecht es mich auf hier Ich mach mit Wasser keinen Schaden Das ist doch richtig hier gleich So 70er Wochen So, jetzt Komm wieder runter, los Blöder Affe Aber der Zustand So, jetzt aber Wo ist der schon wieder hin? Oh, es ist doch nicht möglich Das schafft man nicht Das schafft man nicht Wenn ich bei der Wunder passiert, dann schafft man das nicht Nochmal Jetzt ist der Schwurt da oben Der Idiot Kommt da oben runter Jetzt Oh, Mann Natürlich wird der ganze Avatar-Zustand versaut Was kommt jetzt Was Quicktime-Events Kuh, ne Ah, okay Jetzt Nochmal Atmotec Ich sag jetzt nichts Genießt es Your powers have grown strong for a thousand years But mine have been growing strong since time began We will kill the Avatar And plunge the physical world into chaos Undo Your time is up Undo 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wow, was für eine, kann man gar nicht in Worte fassen, besiegen wir ihn, wir entziehen seine Kräfte Du hast es geschafft, Korra! Ich dachte, öffnen die Portale in meinem Leben wäre ein Problem, aber ich habe auch zu antworten, was ich habe zu tun, was ich seit 100 Jahren gemacht habe. Well, zumindest nach dem, Facing Tano in den Wolfbatsch ist kein Problem. Hiya, Perrottens! This is Wolfbatsch! Boah, ich bin gerade so geflasht, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, oh, die Musik und diese Effekte. The former lead winner Wolfbatsch, take on the team that many observers, yours truly included, say got cheated out of the championship, the Fire Ferrets! FIGHT! We sind wieder zurück mit kompletter Bändigungskraft. Geiles Outro! Alter, die Credits sind echt der Wahnsinn, das ist so, dieses Match mit einführen zu lassen, Wahnsinn, Wahnsinn, richtig geile Idee. Ich habe das noch nie gehabt, so ein interaktives Endgame. Wunderbar, echt nice. So, welche Spiele will ich mehr? So was will ich nicht mehr? Oh, ich bin gleich zurückgefallen. War nicht gut. Ich bin gleich zurückgefallen. Ich bin gleich zurückgefallen. Ich bin gleich zurückgefallen, wenn du nicht Nummer 1 bist, was ist das? Oh, ich denke, das ist ein Avatar Smack Talk. Ich liebe es! Avatar Smack ist zurück. High Five! Oh, du musst das nicht tun, dass jeder sich aufhörig ist. Ich bin gleich zurückgefallen. Ich bin gleich zurückgefallen. Ich bin gleich zurückgefallen, okay? Also wird das ein paar Momentee geben, Schmerzen von der Führer helping-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu. Ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt war, ob wir jetzt durch sind. Also ich muss sagen, mega geiles Game, ich will mehr davon, ich werde definitiv nochmal privat auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal zocken, definitiv. Ich hoffe euch hat es genauso gefallen wie mir. Das sind die abschließenden Worte der Spannungsmusik. Und ich hoffe ihr seid das nächste Mal dabei, bei meinem neuen großen Projekt. Und ich denke mal es wird Lots of Fallen werden, machts gut und bis dahin bleibt euch treu. Ciao.